In diesem Video geht es darum, was es genau bedeutet, wenn sich dein Chiron entweder im zweiten Haus befindet oder im Tierkreiszeichen des Stiers. Es ist sehr wichtig, dass du hier verstehst, dass jetzt in der Chiron-Videoreihe die Häuserposition relevanter ist als die Position im Tierkreiszeichen. Warum ist das so? Das hat mit der Dauer zu tun, wie lange der Chiron benötigt, um einmal durch den gesamten Radix zu durchlaufen, also um alle zwölf Tierkreiszeichen hinter sich zu lassen. Und da benötigt der Chiron so in etwa 50,2 Jahre und hält sich immer so zwischen 1,5 und 8 Jahre in jedem Tierkreiszeichen auf, allerdings in dem einen länger als in dem anderen. Und das hat damit zu tun, dass die Chiron-Umlaufbahn ellipsenartig ist. Das bedeutet nicht wirklich rund und so kreisförmig, sondern eben ellipsenförmig. Bedeutet, dass in manchen Tierkreiszeichen eben aufgrund dessen der Chiron länger sich aufhält als bei anderen. Okay, was hat es dann also jetzt auf sich, wenn sich dein Chiron im zweiten Haus oder im Tierkreiszeichen des Stiers befindet, aber dieses Video schon stärker darauf geeicht ist, was es bedeutet, wenn sich dein Chiron im zweiten Haus befindet. Kurzes Warm-up zum Chiron. Was ist überhaupt der Chiron? Wofür steht der Chiron? Der Chiron steht quasi für deine Verletzung. Wir alle haben in irgendeinem Bereich eine Verletzung. Und der Chiron zeigt dir diesen Bereich auf. Und weil jetzt hier in dieser Reihe die Häuserposition wichtiger ist, bedeutet das der Lebensbereich, wo sich diese Verletzungen manifestieren, um Heilung zu erfahren. Ganz, ganz wichtig. Chiron möchte hier Heilung reinbringen. Aber bevor eine Heilung eingeläutet wird, ist es wichtig, sich erst einmal dieser Probleme bewusst zu werden. Bedeutet, Akzeptanz walten zu lassen, um hier eine Heilung einzuläuten und in dem entsprechenden Bereich aus einer Schwäche, aus einer Verletzung, aus einer Schwäche eine Stärke zu machen. Ganz wichtig. Und nachdem man das getan hat, nachdem man in diesem Bereich oder nachdem man diesen verletzenden Bereich geheilt hat, man genau in diesem Bereich ganz vielen anderen Menschen helfen möchte und ihnen dort die Heilung bringt. Was bedeutet es nun, wenn sich jetzt nun dein Chiron im Tierkreiszeichen des Stiers aber viel wichtiger im zweiten Haus, also die Häuserposition, befindet? Falls du aber im Allgemeinen nicht weißt, was es mit deinem Chiron auf sich hat, dann bitte und unbedingt mein Intro-Video zu dieser Chiron-Reihe anschauen. Das Video extra hier oben für dich verlinkt und dort nochmal ausführlich erklärt und beschrieben, was es genau mit deinem Chiron auf sich hat. Alright, trotzdem kurzes Warm-up zum Chiron. Wofür steht der Chiron? Der Chiron ist der verwundete Heiler und steht somit für deine Verletzungen, für deine Traumata, für deine Schattenthemen, für deine Blockaden. Aber im Großen und Ganzen deine Hauptverletzung. Wo liegt deine Hauptverletzung in deinem gesamten Horoskop? Du siehst, sehr, sehr wertvoll. Der Chiron, der bietet dir hier ziemlich starken Aufschluss darüber, wo deine Verletzung sich befindet. Die Chiron-Thematik hat sehr viel mit Heilung zu tun, mit Verletzung und damit, wie du andere heilen kannst, nachdem du dich selbst geheilt hast. Du siehst, im Grunde genommen ist aber der Chiron sehr stark eben für deine Verletzung verantwortlich. Da trennen sich die Geister. Die einen Astrologen sagen, dass der Chiron quasi dir die Verletzung aufzeigt, mit der du lernen musst zu leben und du niemals heilen wirst. Aber andere in dieser Thematik heilen kannst. Und dann gibt es das andere Lager, was meiner Meinung nach viel, viel kleiner ist, was sagt, dass du hier Heilung erfahren kannst. Du eine Art Heiler in diesem Bereich wirst. Und genau du dieses Wissen anwendest, um in diesen Bereichen andere heilen zu können. Und diese Meinung vertrete ich auch. Das ist aber nicht nur eine Meinung, sondern das sind eben auch Erfahrungen, die ich gemacht habe. In all meinen Beratungen, in meinen eigenen Erfahrungen, ich persönlich, in meinem Leben, bin ich der festen Meinung, dass es sein kann, dass aber dein Gesamthoroskop dann eben das aufschlüsselt und sagt, dass eben dein Chiron eben hier nicht so wirklich geheilt werden kann. Es kann sein, dass es bei dem einen schwieriger zu heilen ist als bei dem anderen, aber grundsätzlich für jeden das Potenzial vorhanden ist. Für den einen ist es schwieriger als für den anderen, aber grundsätzlich wir alle die Möglichkeit haben, wir eben in diesem entsprechenden Bereich Heilung zu erfahren. Da, wo wir verletzt sind und da ist die Akzeptanz unglaublich wichtig. Und deswegen ist auch diese Videoreihe auch so unglaublich wichtig, ja, schon quasi heilbringend, ja, weil es bringt nichts oder beziehungsweise du wirst nicht Heilung erfahren, wenn du nicht erst diese Akzeptanz in diesem Lebensbereich oder bezogen auf deine Verletzung getätigt hast. Heilung ist hier unmöglich, wenn du nicht erst an Akzeptanz walten lässt. Okay, was heißt es jetzt, wenn sich dein Chiron im zweiten Haus vergleichsweise im Tierkreiszeichen des Stiers befindet? Dafür sollten wir uns das zweite Haus anschauen. Wofür steht das zweite Haus überhaupt? Ich bin hier sehr empathisch mit dieser Position, weil mein Chiron sich im Tierkreiszeichen des Stiers befindet, aber nicht im zweiten Haus, sondern bei mir im zwölften Haus und sehr nah an meinem Mond. Und das ist eine etwas schwierigere Position, auf die ich gleich vielleicht mal kurz darauf eingehen werde. Aber im Großen und Ganzen ist das zweite Haus das Thema der Werte, der Sicherheit, der Finanzen, des Urvertrauens, ja, und auch des Körpers, der Materie, ja, der materiellen Welt, weil die Stierthematik sehr viel mit Körper zu tun hat, weil Körper gleich Materie und Stier sehr der Materie zugewandt ist, okay, und sehr körperlich ist. Und all diese Themen könnten jetzt verletzt sein. Bei dem einen Thema was mehr als bei dem anderen. Aber grundsätzlich ist es so auch total wichtig, bitte immer dein Gesamthoroskop abchecken, ja, dieses Video bitte nicht isoliert betrachten, weil dein Gesamthoroskop sehr, sehr wichtig ist. Wenn du jetzt hier noch tiefer einsteigen möchtest, wäre es zum Beispiel sinnvoll, jetzt zu checken, okay, wo befindet sich denn deine Venus, weil Venus das zweite Haus regiert und das Tierkreiszeichen des Stiers. Wie wird die Venus aspektiert? Oder aspektiert vielleicht die Venus sehr wohlwollend dein Chiron? Oder ist der Chiron direkt auch an deiner Venus, also in einer Konjunktion? Ein harter Aspekt. Das ist dann natürlich nochmal ein doublerer Impact. Das ist dann nochmal heftiger. Aber im Großen und Ganzen sind all die Themen, die ich gerade genannt habe, verletzt. Und was heißt das jetzt? Das könnte implizieren, dass du erfahrungsgemäß eine härtere Kindheit gehabt haben könntest, die dafür verantwortlich ist, dass du in relativ frühen Jahren lernen und erfahren musstest, dass du keine Geborgenheit erfahren hast, dass du keine Sicherheit erfahren hast. Und aufgrund dessen du recht früh heftige Ängste entwickelt hast, nicht zu überleben, nicht genügend Ressourcen zu haben, nicht genügend Finanzen zu haben im Rücken. Oder niemanden zu haben, der sich um einen kümmert, der sich um dich kümmert, okay? Der dir eine Sicherheit anbietet, dass du quasi glaubst, dass du nicht genug bist für das Leben. Und dass du alles bei dir, also alles Materielle, Finanzielle an dich reißen musst. Und das Leben hart ist und von allen Materiellen es zu wenig gibt. Und du irgendwie relativ früh gelernt hast, dass dir einfach Dinge fehlen. Und die können sich in den unterschiedlichsten Themengebieten manifestieren oder in den Bereichen. Wie zum Beispiel, es kann sein, dass du in deiner Kindheit irgendwie sehr viele materielle Dinge nicht gehabt hattest. Wie zum Beispiel ein schickes Paar Schuhe, schöne Klamotten, ein schickes Fahrrad, gutes Essen, ein sicheres, wohlbütetes Zuhause, das alles ist verletzt und nicht so vorhanden. Und das hat dafür gesorgt, dass du sehr verhaftet bist in der Materie und du quasi sehr heftig hinter der Materie am Jagen bist. Und du quasi einen unglaublich starken Hauptaugenmerk in deinem Leben, auf deine Finanzen, auf die finanzielle Welt bezogen triffst. Du quasi sehr stark mit Werten konfrontiert bist, welche Werte du schaffst, welche Werte dir angeboten werden, welche Werte du in dein Leben holen kannst. Und hier ist auch eben meiner Meinung nach eines der Hauptüberschriften, dass das Thema des Selbstwertgefühls verletzt ist und somit auch das Urvertrauen verletzt ist. Weil all das, was ich jetzt hier gerade genannt habe, quasi impliziert, dass du dich tendenziell einsamer fühlst. Einsam ist was anderes als alleine sein. Alleine sein kann sehr angenehm sein. Weil einsam ist da nicht so nett. Weil einsam bedeutet oder impliziert Gott verlassen, Schöpfungs verlassen. Wirklich ganz alleine, also ganz einsam, nur auf dich selbst gestellt. Und du auch in jungen Jahren leider miterlebt hast, dass vielleicht deine Mutter nicht so ganz für dich da war oder vielleicht deine Familie dich nicht ganz beschützen konnte und du relativ schnell früh lernen musstest, selbst auf eigenem Bein zu stehen und du selbst für deine Ressourcen verantwortlich warst. Und sogar vielleicht tatsächlich sogar mit dafür verantwortlich warst, um die Ressourcen deiner Familie mitzusichern. Obwohl das gar nicht eine Aufgabe ist als Kind. Es ist nicht die Aufgabe eines Kindes, für die Ressourcen der Familie verantwortlich zu sein. Was leider in einigen Kulturkreisen der Fall ist und auch in eigenen Familien immer noch praktiziert wird, was meiner Meinung nach nicht in Ordnung ist. Mein Name ist Ryan Batlena. Ich bin Astrologe und möchte dir in diesem meinem YouTube-Kanal alles über die Astrologie beibringen und habe neuerdings auch mit den derzeit vorherrschenden astrologischen Vorhersagen begonnen. Weil wir in derzeit recht unsicheren, ungewöhnlichen Zeiten uns befinden, habe ich die Hoffnung, dass ich dir mit meinen astrologischen, vorhersagenden Videos eine Art Orientierung anreichen darf. Ich hoffe, mir gelingt dieses. Weil ich der Meinung bin, dass die Astrologie eines der stärksten und effizientesten Werkzeuge dafür ist, um dich selbst zu erkennen, um herauszubekommen, wer du wirklich bist. Um herauszubekommen, wo deine Stärken, aber auch deine Schwächen oder deine Verletzungen, wie in diesem Video jetzt hier auch thematisiert wird, liegen. Deine Traumata, seine Blockaden, deine Schattthemen. Um diese in Folge dessen aufzulösen, um an deine latenten Talente, Fähigkeiten, Potenziale zu kommen, um diese gekonnt in dein Leben zu integrieren, um in deine Stärke zu kommen. Du siehst, wie stark die Astrologie ist. Die Astrologie kann ja sogar tatsächlich diese krasse Frage beantworten, warum sich deine Seele dieses Seelenleben hier ausgesucht hat und welche Erfahrungen deine Seele in diesem Leben machen möchte. Weil es geht um Erfahrungen sammeln. Ja, ganz wichtig. Falls du aber nicht die Geduld und die Muße haben solltest, dir all dieses astrologische Fachwissen selbst anzueignen, kannst du auch den direkten Weg zu mir suchen, weil ich aufgrund meiner zehn Jahre lang astrologischen Erfahrungen sowohl eins zu eins als auch paar astrologische Beratungen anbiete. Wenn ich dieses interessieren sollte, kontaktiere mich gerne und wir beide vereinbaren etwas. Weil aber eine persönliche astrologische Beratung ein Mindestmaß an Vertrauen, aber vor allen Dingen ein gutes Gefühl erfordert, weil die Beratung eben was, das wird sehr intim werden mit uns beiden, ist es sehr wichtig, dass wir uns vielleicht kurz mal kennenlernen. Und deswegen habe ich dieses unverbindliche, kostenlose, 15-minütige Kennenlernen-Erstwartungsgespräch ins Leben gerufen, um dir die Möglichkeit zu geben, dass wir beide uns kurz kennenlernen und abchecken, ob das für uns beide auch in Ordnung ist und ob diese astrologische Beratung bei mir überhaupt hier Sinn macht. Ich habe extra hier für ein Video verfasst, das Video extra hier oben für dich verlinkt und dort mal ausführlich erklärt und beschrieben, was es genau mit meiner Person auf sich hat, wo ich herkomme, warum ich ganz besonders gut bin in der beratenden Astrologie und worin hier der ganz große Mehrwert für dich liegt. Wenn dich das interessiert, check das gerne ab, geh gerne hier runter in die Videobeschreibung, dort findest du meine Kontaktdaten, kontaktiere mich und wir beide vereinbaren was. Trotzdem würde ich gerne wissen, was du bis jetzt mit dem Chiron für praktische Erfahrungen gesammelt hast. Bitte teile deine praktischen Erfahrungen und dein Wissen mit unserer Community und verlass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video geladen habe. Alright, Chiron im zweiten Haus, ähnlich wie Chiron im Stier. Was alles kann man damit auf sich? Also, all die Themen, für das das zweite Haus steht, sind hier verletzt. Und was sind die Themen? Sicherheit und Werte, Finanzen, Urvertrauen, Körper, Materie. Das sind alles Dinge, die verletzt sind. Und das könnte in etwa so aussehen, wie ich dir eingangs schon erklärt habe, dass das Thema, sich nicht genug zu fühlen für die Welt, vorherrscht. Dass du den Eindruck relativ früh gewonnen hast, dass dein Selbstwertgefühl einfach stärker untergraben ist und du quasi hier verletzt bist und du immer das Gefühl hast, dass du nicht wertvoll genug bist. Und du aufgrund dessen immer so eine Art Mangelerscheinung in den vorhin benannten Themengebieten erfährst. Vor allen Dingen im Laufe deines Lebens, je älter du wirst, vor allen Dingen im Bereich der Finanzen, könnte es hier Probleme geben. Ich weiß, ob du schon mal was davon gehört hast, aber die Rede ist davon, dass wenn du finanziell erfolgreich sein willst, dann sollte Geld fließen und nicht gehortet werden. Ja, da ist was dran. Da ist tatsächlich was dran. Weil wenn du Geld ausgibst, natürlich nicht fahrlässig, es sollte intelligent ausgegeben werden, aber so ausgibst, dass Geld fließt, kommt es zu dir zurück. Wenn du aber Geld hortest, dann sendest du ins Universum Mangel, dass du nicht genug hast, du verhaftet bist und du quasi auch mit einer Art Ängstlichkeit verhaftet bist. Ich habe hier einen sehr, sehr persönlichen Bezug zu dieser Position, weil, wie gesagt, mein Chiron befindet sich im Tierkreiszeichen des Stiers, was, wie gesagt, ähnelt der Position im zweiten Haus, aber bei mir befindet sich der Chiron im zwölften Haus. Und jetzt schau her, erzähle ich ein bisschen was aus dem Nähkästchen, aus meinem privaten Nähkästchen, ist es so, dass quasi, jetzt stell dir Folgendes vor, mein Chiron befindet sich jetzt in Stier im zwölften Haus und jetzt ist sehr nah der Mond an meinem Chiron. Der Mond steht für die Mutter. Und tatsächlich ist das so gewesen in meinem Leben, das heißt, der Mond ist jetzt hier verletzt. Das ist eine sehr brutale, schon etwas heftigere Stellung. Man sagt auch zu dieser Position, das ist die Stellung des alleingelassenen Kindes. Das ist unglaublich. Als ich damals mit der Astrologie begonnen habe und ich das gelesen habe, habe ich eine Gänsehaut bekommen. Ich kriege auch jetzt gerade wieder Gänsehaut, weil das so unglaublich zutrifft irgendwie, wo ich sage, ey, wie geht das? Wie kann es sein, dass die Astrologie meine Vergangenheit erklärt? Weil es bei mir tatsächlich so war, dass ich hier recht verwahrlost aufgewachsen bin, auch wenn man mir das jetzt nicht so ansieht, aber ich werde demnächst mal ein Video dazu machen, wo ich eigentlich herkomme. Eigentlich bin ich ein Straßenjunge. Also ich bin recht verwahrlost aufgewachsen. Das heißt nicht, dass ich keine Mutter, keinen Vater gehabt habe, doch habe ich da, nur waren beide recht unzulänglich und haben es nicht geschafft, ihren Pflichten nachzugehen. Beide wussten es auch nicht besser. Und das hat dafür gesorgt, dass ich eigentlich, seitdem ich denken kann, auf einem Bein stehen musste. Damit du so eine Idee bekommst, ich musste damals in den Kindergarten gehen, das war ein Stundenmarsch. Du kannst kein Kind allein in den Kindergarten schicken. Aber das war so ein bisschen bei mir der Fall. Und das hat dafür gesorgt, dass ich relativ früh mit dieser heftigen Verletzung konfrontiert wurde und dass ich quasi keine Mutter hatte und keine Sicherheit. Wie zum Beispiel, wenn du mal demnächst auf einem Kinderspielplatz sein solltest, beobachte mal Folgendes, das ist ganz interessant. Und zwar beobachte mal die Kinder, wenn sie spielen. Ganz interessant. Und zwar ist es so, dass wenn Kinder auf einem Spielplatz spielen, gucken sie immer ganz kurz nochmal zurück und wollen sicher gehen, dass die Mutter auch in der Reichweite ist. Wenn sie aber die Mutter nicht sehen, fangen sie an hysterisch loszuschreien. Und das hat einen Grund, weil der Schutz nicht mehr da ist. Die Mutter schützt ja jetzt das Kind. Und das Kind weiß das auch und fühlt sich sehr geborgen bei der Mutter. Und diese Position, sowohl im zweiten als auch im Tierkreiszeichnis Stier, ist impliziert, dass du diese Geborgenheit nicht erfahren hast. Und dir das unterbewusst... Genau. Und jetzt bei mir im zwölften Haus haben wir diese Verletzung da. Zwölfte Haus bedeutet, das ist das Haus der Isolation, der Abgeschiedenheit und auch des Krankenhauses, der versteckten Feinde, aber vor allen Dingen der Isolation. Und tatsächlich ist es so, dass meine Mutter einfach nicht zugänglich war und schon relativ früh oft im Krankenhaus gewesen ist. Aus diversen Gründen auch, die mit einer nicht so stabilen Psyche zusammenhängen. Und das hat eben damit zu tun. Unglaublich. Jetzt stell dir vor, also Chiron im zwölften Haus bei mir, das bedeutet Verletzung auch noch heftiger, im Unterbewusstsein, weil das zwölfte Haus steht für das Unterbewusstsein, bedeutet auch noch schwieriger da hinzukommen. Die Position als solches alleine ist schon ein bisschen heftiger. Und jetzt aber auch noch im Unterbewusstsein macht die Sache nicht einfacher. Du weißt, was ich meine. Ich bin zum Beispiel auch ein Kaiserschnittkind gewesen. Das ist eben auch damit mit der Thematik zu verbinden, dass zum Beispiel Kaiserschnittkinder... Ganz interessant, habe ich letztens ein paar Studien darüber gelesen, irgendwie die Rede davon ist, dass das meistens recht kriegerische Kinder waren und sie das Leben als Kriegsschauplatz erfahren haben, weil sie so zur Welt gekommen sind. Weil das Erste, was sie gesehen haben, war Metall, ein Skalpell, eine Waffe. Das Erste, was sie zu Gesicht bekommen haben, kaltes Metall, ein kaltes Skalpell. Und da gibt es einen schöneren Empfang, wie du sicherlich weißt. Und das sorgt dafür, dass man eine recht kriegerische Lebensbetrachtungsweise aufgebaut hat und man der Meinung ist, auf unterbewusster Ebene, dass man nie genug ist, dass es auch nie genug gibt und dass man immer kämpfen muss und dass man nie wirklich genug Ressourcen finanzieller Natur zum Beispiel hat. Oder, was auch ganz interessant ist, es hat mit dem Körper zu tun. Ja, dass es auch bedeuten kann, dass du an deiner körperlichen Front Baustellen hast. Wie zum Beispiel ich. Auch wenn du mir das nicht ansiehst und ich einen relativ fitten, sportlichen Eindruck mache, ist es aber bei mir so, dass seitdem ich denken kann, ich sehr, sehr starke Schmerzen, sagen wir mal, von einer Skala von 1 bis 10, wo 10 unerträglich ist und 1, so kaum spürbar, habe ich so einen Schmerzskalenpunkt von 8,5. Ja, 8,5. Das ist schon starker Schmerz. Und körperlich. Was meine ich mit körperlich? Muskeln, Knochen, Gelenke. Und das Krasse ist, kein einziger Arzt bis heute konnte mir eine vernünftige Diagnose stellen und sagen, ja, okay, das liegt daran, hieran, hieran. Das liegt an ihrer Ernährung oder an einem Bewegungsmangel oder man kann ja irgendwie erst mal verstehen, überhaupt, worum es geht. Aber jeder Arzt, ausnahmslos, sagte mir, sie haben nichts, ist alles in Ordnung. Sie sehen auch stark aus, sie sehen auch stark. Holen Sie sich mal aus, erholen Sie sich mal und dann wird das schon wieder. Ja, war aber nicht so. Also bei mir, jetzt habe ich für mich Lösungen gefunden, aber ich musste Eigeninitiativ werden und selbst meine Lösung mir heranarbeiten. Und das Gleiche empfehle ich auch dir, ja. Weil du mit dieser Position, du einfach das große Potenzial hast, eben die Meisterschaft hier zu erreichen. Diese Verletzungen zu akzeptieren, um die Heilung einzuleuten und um eben da sehr, sehr stark zu werden. Das Interessante bei dieser Position ist, ist, dass die Hauptüberschrift von dieser Position ist, ein verletztes Selbstwertgefühl zu haben. Selbstwertgefühl ist eines meiner Lieblingswörter. Nicht ohne Grund, weil es eines meiner Hauptthemen ist. Und ich der Meinung bin, dass es in der ganzen spirituellen Branche doch eigentlich letzten Endes doch immer um das Selbstwertgefühl gibt. bedeutet, wenn du ein starkes und solides Selbstwertgefühl, es endet ein Gefühl hast, ziehst du all die schönen Dinge in dein Leben und verstehst, dass du eigentlich von nichts und niemandem abhängig bist, dass du eigentlich auch keine Mutter, kein Vater oder irgendjemanden brauchst, sondern einfach nur für dich den Glauben, ein Urvertrauen, wirklich auf gefühlter Ebene entwickeln lernst und du die Meisterschaft erreichst, wie man das Thema des Geldes managt, die Finanzen, dein Körper, deine Gesundheit, im Allgemeinen deine Ressourcen und infolgedessen andere darin berätst. Und tatsächlich ist es genau das, was ich nämlich hier tue in meinen Beratungen. Mein Hauptaugenmerk in meinen Beratungen liegt nämlich darauf, wirklich tatsächlich das Ziel zu verfolgen, bei meinen Klientinnen und Klienten das Gefühl des Selbstwertes zu generieren, zu konditionieren, zu entwickeln, aufzubauen, zu trainieren. Weil letzten Endes meiner Meinung nach, das der größte Erfolgsindikator dafür ist, Fülle, Erfolg und Reichtum in dein Leben zu ziehen. Und tatsächlich kann ich hier aus der Praxis reden und ich bin der Meinung, dass ich das, glaube ich, so gelöst habe. Nicht 100%, aber ich denke, dass ich auf einem verdammt guten Weg bin und ich bis jetzt auch sehr, sehr viele Erfolge darin gehabt habe, andere da heilen zu dürfen oder andere dabei zu helfen, in die Selbstheilung zu gehen. Genau was diese Thematik angeht. Was ebenfalls wahrscheinlich der Fall gewesen ist bei dir mit Chiron im Zweiten oder eben im Stier, ist, dass du einfach oft Probleme hattest, schon in jungen Jahren qualitativ hochwertige Sachen geschenkt zu bekommen von deiner Familie. Dass du einfach vielleicht das Gefühl hast, andere haben mehr als du selbst. Andere kriegen mehr Taschengeld oder kriegen überhaupt ein Taschengeld und vielleicht kriegst du gar kein Taschengeld. Oder die anderen haben jetzt vielleicht irgendwie Markenschuhe und du hast irgendwie die billigsten Schuhe überhaupt, die schon dein älterer Bruder getragen hat, wie zum Beispiel bei mir, wo vielleicht die Schuhe etwas zu groß waren. Oder du schon in sehr frühen Jahren sehr stark mit Armut konfrontiert wurdest. Und auch da kann ich wieder meine praktischen Erfahrungen mit einbringen, weil das bei mir tatsächlich der Fall war, dass ich in Armut aufgewachsen bin. Also bei mir, bei uns gab es nicht viel tatsächlich. Wir mussten hier richtig aufpassen und ich bin quasi relativ früh eigentlich schon direkt mit der Thematik konfrontiert. Es ist nicht genug da. Es ist nicht genug da und sei froh, wenn du überhaupt was bekommst. Und du siehst, das ist nicht so wirklich schön, dass wenn man ein Zuhause hat, was eigentlich gar kein Zuhause ist und du aufgrund dessen mit echt schmerzhaften, negativen Themen konfrontiert wirst zu Hause, was dich dazu veranlasst, vielleicht dann nicht so viel zu Hause abzuhängen und dann, wie in meinem Fall, zu viel Zeit auf der Straße zu verbringen. Mit nicht sehr, wie sagt man dazu, lieben Menschen. Das war alles etwas asozialer, kann man sagen. Auch wenn du das nicht weißt oder glaubst, aber wir leben in Deutschland schon sehr lange in einer Parallelgesellschaft. Es gibt hier Dinge, die nennt man Ghettos. Auch wenn du noch nie davon gehört hast, aber es gibt hier Randgebiete, es gibt hier gewisse Parallelgesellschaften und diese Menschen in dieser Parallelgesellschaft geht es nicht so gut. Und deswegen entstehen auch heutzutage diese Reibungen, diese politischen Reibungen unter den Schichten. Arm, Mittelschicht, Reich und so. Und so langsam wird dir die Mittelschicht auch so, meiner Meinung nach, also mehr wird die Mittelschicht jetzt nicht. Ich bin der Meinung, die Mittelschicht baut eher ab und das ist kein guter Trend. Aber nochmal zurück auf die Thematik, dass du eigentlich gewohnt warst, dass du eben nicht all diese schönen Dinge in deiner Kindheit bekommen hast, ein gutes Fahrrad oder so. Und da kann ich auch wieder ein Lied singen, weil bei mir war es tatsächlich genauso. Also ich habe, wenn ich ein Rad bekommen habe, war es irgendwie ein Schrottrad. Also wirklich kein Scheiß vom Schrottplatz. Ein zusammengebasteltes Rad aus Schrott. Womit ich dann auch öfters mal einen Unfall gemacht habe und wofür ich bestraft worden bin, warum ich denn mit diesem Rad einen Unfall baue. Und das Rad hätte ich, schade, ich hätte ein Foto davon machen sollen, aber das Rad, wenn du das gesehen hättest, dann hättest du gar nicht verstanden, wie kann denn so ein Rad überhaupt fahren? Tatsächlich. Und bei mir war es auch so, dass tatsächlich ich irgendwie so klamottentechnisch irgendwie das Billigste vom Billigen gehabt habe und ich mich wirklich geschämt habe, in die Schule zu gehen und das dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr früh schon sehr viel Wert darauf gelegt habe oder mir gesagt habe, dass ich das in meinem Leben ändern werde. Dass ich das irgendwann selbst in die Hand nehmen werde. Ich möchte nicht mehr finanziell von irgendjemand abhängig sein und möchte selbst mir all das leisten, was ich gerne haben möchte. Und war aber längere Zeit auch so eine Art Opferrolle. Sagt immer, ich habe mich selbst mitleid. Oh je, du armer Junge. Aber es bringt ja auch nichts, sich da selbst zu bemitleiden. Im Gegenteil, du verschlimmerst das ja nur. Es ist halt eben so, wie es ist und das Beste. Man sollte das Beste daraus machen. Und je schneller du das verstehst und akzeptierst und jetzt zum Beispiel auf meinen Fall bezogen und ich zurückblicke, bin ich sehr dankbar dafür, dass meine Kindheit doch recht hart war und ich schon sehr früh dazu gezwungen worden bin, selbstständig zu sein, initiativ zu sein, ohne Mutter und Vater quasi schon in recht jungen Jahren auf einem Bein zu stehen. Da sind aber leider noch andere Dinge passiert, die mal so gerade gut gegangen sind, die aber hätten in eine ganz andere, brutale, irreparable, unschöne Richtung hätten sich entwickeln können. Deswegen besser es nicht drauf ankommen lassen. Also das ist jetzt auch sehr stark an die Eltern gerichtet, dass man, wenn man ein Kind in die Welt setzt, auf jeden Fall sehr stark gewillt sein sollte, dem Kind die Sicherheit zu geben und dass eigentlich Eltern dem Kind was schuldig sind und nicht umgedreht. Ganz, ganz wichtiges Thema. Du bist deinen Eltern gar nicht schuldig, wenn überhaupt, meiner Meinung nach, sind deine Eltern, ist dir schuldig. Das Problem ist nur, dass heutzutage die meisten Eltern glauben, ich habe dir das Leben geschenkt, aber das ist doch Humbug. Also du schenkst doch keinem Kind das Leben. Du bist doch Werkzeug, durch das die Schöpfung arbeitet und die Schöpfung schenkt durch dich dem Kind das Leben. Aber du bist nicht der Mensch, der dem Kind das Leben schenkt. Jeder Mensch kann ein Kind in die Welt bringen, aber ein Kind erziehen, das steht auf einem anderen Blatt und können meiner Meinung nach leider auch nur die wenigsten. Was ebenfalls passieren kann aufgrund dessen ist, dass du quasi sehr fixiert und verhaftet bist, dass du glaubst, oh je, ich brauche das, ich muss das, ich brauche Finanzen, ich brauche die Materie, ich brauche Sicherheit und du so verkrampft festhältst und fixiert bist, dass du Dinge hortest, sammelst für den Fall der Fälle und du quasi all diese Energien ins Universum raussendest und das ist die Energie des Mangels. Und die Energie des Mangels ins Universum raussenden sorgt für noch mehr Mangel. Das heißt, diese Fixiertheit, diese unglaubliche Stierfixiertheit, was dazu fühlt, dass eben diese Werte nicht fließen in Form von Geld und somit noch mehr Geld generiert. Wenn du fixiert bist und du Dinge hortest, wird es ja nicht mehr. Und das ist ganz wichtig, dass du für dich das verstehst, dass du lernst, die Welt der Finanzen, Geld muss fließen, dass man loslässt, dass man die Angst ablegt, dass man für sich versteht, es gibt eine Macht, die ist höher, höher als dein Leben, höher als das Leben deiner Mutter, deines Vaters, okay? Und auf diese Kraft kannst du vertrauen und man nennt das Urvertrauen, dass du die Geborgenheit darüber entwickelst. Das ist nicht einfach, das gebe ich zu, das ist schwierig, aber absolut lohnenswert, diese Strategien und Methoden zu entwickeln, um sich zu heilen und um vor allen Dingen unabhängig zu werden, finanziell unabhängig, um einfach die Meisterschaft der finanziellen Werte zu meistern, aber vor allen Dingen dein Selbstwertgefühl zu meistern, weil wenn du ein starkes Selbstwertgefühl generiert hast, wirst du all die Fülle, Reichtum und Erfolg in dein Leben ziehen. Also bedeutet das, im Großen und Ganzen, aufgrund dieser Fixiertheit ist es sehr wichtig für dich, das zu akzeptieren und das Ziel zu verfolgen, auszuatmen, entspannen, loszulassen. Ich habe zum Beispiel jetzt darüber auch meine körperlichen Probleme regeln dürfen, weil ich jetzt da verstanden habe, aufgrund meiner sehr problematischen Geburt, Kaiserschnittkind, dann eben noch die sehr problematische, recht gefährliche Kindheit, die ich dadurch laufen bin und überlebt habe. Ich quasi, eben weil, wenn du dich erinnerst, mein Chiron im 12. Haus, Haus des Unterbewusstseins, das heißt, die Angst ist in meinem Unterbewusstsein. Und diese unterbewusste Angst sorgt eben auch für eine unterbewusste, permanente Anspannung, welche dafür gesorgt hat, dass ich krampfhaft, angespannt immer versuche, irgendwie Sicherheit zu generieren. Okay? Und genau das sorgt für diese Muskelschmerzen. Seitdem ich das verstanden habe und aufgrund dessen gelernt habe, ganz bewusst zu atmen, loszulassen, Muskeln entspannen, anspannen, entspannen, bin ich locker geworden. Auf einmal, die Schmerzen gehen weg. Es gibt noch so ein paar andere Hilfsmittelchen, die ich jetzt noch mit hinzugezogen habe, die echt Wunder bewirken. Aber es ist doch unglaublich, dass kein einziger Arzt mir eine Diagnose geben konnte, dahingehend, dass irgendwas in mir körperlich nicht stimmt. Und die Ärzte mich auch teilweise ausgelacht haben, als sie mich gesehen haben, weil sie sagten immer, du siehst topfit aus, du siehst ja aus wie eher so ein Athlet und wie kann es sein, dass du so viele Schmerzen hast, schon immer gehabt, irgendwie scheint das was anderes zu sein. Wir können dir nicht weiterhelfen. Lassen Sie ein bisschen Zeit vergehen und das wird wahrscheinlich sich selbst klären. Und dem war halt nicht so. Das heißt, ich konnte jetzt auch darüber quasi meine Probleme, also meine körperlichen Probleme, weil, wie ich dir gesagt habe, das zweite Haus hat mit der Materie zu tun und der Körper steht für die Materie, für die vergängliche, verletzbare Materie. Das heißt, ich meine körperliche, dass auch nicht mehr Probleme ist, weil, das sechs mit dem der Materie, ja, das sechs mit der Materie, ich mir so einfach mal drauf Ich mir so einfach mal drauf, dass ich dann die Pause, das sechs mit den melody, das zehn Minuten, das zehn Minuten, das sechs mit dem Paradies. Ich bin mir so einfach mal drauf. Untertitelung des ZDF, 2020